Lieber Jürgen, wir müssen uns noch einmal ganz, 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 ganz doll bei dir bedanken. Wir lieben dieses Spiel. Es ist klasse. Danke, danke, danke. Wirklich. Der YouTube-Name ist übrigens HabkeinBock. Genau. HabkeinBock. HabkeinBock, Jürgen. Danke, danke, danke. Und jetzt weiter im Text. Wir wollten uns die Fähigkeitenstern angucken. Richtig. Morphium, Spice. Das musst du jetzt mal machen. Dirty, it by Charakter. Morphium, Schleichen, Stärke. Morphium finde ich so nicht so wichtig. Was macht denn was? Gibt es eine Erklärung, was was macht? Warte mal, kann ich schon aufwerten drücken? Erhöhe die Wirkungsdauer des Morphium-Modus. Schleichgeschwindigkeit? Das wäre gut. Erhöhe die Trefferzahl, die du einstecken kannst. Erstmal das, weil wir so gut sind. Genau, und dann schleichen als nächstes, oder? Ja. Was hast du jetzt gedrückt? Na, Pfeiltassen, weil die rechts und links erschienen sind. Ach, so, weiter. Weiter, weiter. Weil die Kiste da war nämlich zu schieben. Schleichen? Schiff. Neue Toaster. So, Karl-Heinz ist er weg. Die Kiste hier ist zu schieben. Wohin denn? Ich glaube hier rüber, weil du musst auf die Brücke oben rauf, die hier abgebrochen ist. Der sieht dich nicht, weil er zu weit weg kommt. Ja, aber wenn ich mir die Kiste schiebe, macht das keine Geräusche, oder was? Nein, ne Quatsch. Und ihr stöhnt, macht auch keine Geräusche. Nein, nein. Was bringt denn da jetzt? Achso, das Medikit von ihm. Wo auch immer er das Stecken hat. Im Arsch, oder so. Eingeatmet. So müsste schon reichen. Ne. Das ist nämlich direkt an der Wand. Runterspringen? Ne, hochspringen. Hä? Haha, das bringt absolut nichts. Da müssen wir woanders hin. Vielleicht müssen wir da oben rauf. Da müssen wir ja auf den Buken. Aber ich dachte, wir hätten hier jetzt rauf gemusst, weil du kannst die Kiste ja nur da hinschieben. Andere Richtung ging ja gar nicht. Ne. Ich hatte meinen Kameraden, mein Besten bist du nicht. Äh, zur Tür hoch. Da. Ach, wie, wie will sie da hinkommen? Das ist doch viel zu weit hoch. Hä? Es bringt auch nichts, wenn ich hier nur... Jetzt runterspringen drücken? Beim Laufen irgendwie? Ne, ne, das ist ja runterspringen. Runterspringen ist runterspringen. Schieb mal die Kiste noch ein Stück weiter. Geht nicht, ne? Ne. 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 Ja, siehst du schon, die muss ganz an die Wand. Gut, gut, gut. Ein Glück haben wir die Gasmaske da. Ja. So, warte mal. Warte mal. War jetzt was mit der Tür? Ne, ich glaube, die ist tot. Die ist totig, weil der Gang totig ist. Ja. Totige Tür. Da haben wir ja einen, äh, einen Ersatz für gefunden. Rauchen verboten. Jetzt ne Fluppe anzünden. Wir haben da so ein schönes Feuerzeug eingesammelt. Da, das sieht doch nach einer Position für Munition. Was macht sie denn? Nicht immer hinstellen. Ich hab überhaupt nicht mehr... Sie, die Steuer spinnt schon wieder. Das bin ich nicht. Drück einfach. Oh! Wie ist ein Rennen gewesen? Das haben wir umgelegt hier. Wohin? Ähm, weiß ich nicht mehr. Spring! Müssen wir gleich nochmal gucken. Schiss, 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 schiss. Aber ich bin auch gleich da. Rechts. Genau. Ja, aber die Steuerung sprint. Ich kann gar nicht. Was ist das denn jetzt? Die Steuerung sprint. Ne, das hat jetzt aber nichts mit der Steuerung zu tun. MAUSY, und wann zieht sie denn jetzt? Hä? Das ist anscheinend schon explodiert oder was? Aber ich kann jetzt hier auch nichts weiter... Ich hänge da irgendwie fest. Das ist ja toll. Guck mal kurz, ob sie unten was retten ist. Die Zeit haben wir ja jetzt. Was war denn Rennen? Jetzt bin ich doch schon draußen. Das hat mir doch extra umgelegt. Leertaste. Habe ich ja gedrückt, aber ging ja nicht. Weil buggy gerade. Ja. Wir treten. Versuch mal mit Krauchen. Sie geht jetzt... Ich kann auch in keine Richtung. Jetzt! Lauf, 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 lauf. Ich würde das Ganze nach oben. Wer ist nach oben? Und dann nach oben weiter. Lauf, 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 lauf! Wohin? Nein, keiner muss weiterlaufen! Einfach laufen! Ach, scheiße. Ja, einfach laufen. Ist klar. An dem Typen mit der Waffe vorbei. Dann fliegt ihr gleich die ganze Suppe um die Wurren. Ja, aber ich glaube, darauf hätten wir warten müssen. Nee, du musstest ja vorher raus sein. Ja, aber ich hätte ihn noch richtig umgebracht. Ja, ich muss mich doch wenigstens kurz mit dir besprechen können. Kannste doch eh noch. Wir müssen doch eh nochmal dahin spielen. Oh, jetzt alles nochmal? Ja. Oh, das nervt echt, ne? Ich finde diese Speicherpunkte viel zu groß. Warum war denn das jetzt so buggy nervig? Gute Idee. Oh, so schlecht ist jetzt das hier. Explosive Barrels everywhere. If Firearms were used, everything could go up in a bang. Now I had to find a right place for the bomb. We wissen, ja. Oh, das ist... Mein Gott, mein Gott, hängst du schon wieder an. Ein Gottverdammter Lieb bist du. Beleidender Mama. Ah! Scheiße. Jetzt krieg ich ja auch nichts mehr. Oh, oh, oh. Hat er mich gesehen, die alte Sau? Ja. Die Sau, das meine ich, trotzdem Schatten sein oder so. Das ist scheiße. Gut, nochmal. Okay. Ach, kannst du nicht im Laufen machen, Mensch. Will ich schon jetzt unten, ey? Oh, scheiße, es liegt so gut. Ich weiß auch nicht, wo wir dann hin müssen. Also schon nach oben, glaube ich. Aber ich glaube, ich muss sie dann ja wirklich erst nach oben. Kannst du erst jetzt schon die da oben kaputt machen? Dass nachher der Weg frei ist? Einfach nur nach oben, ne? Das ist ja... Genau, ganz nach oben. Und dann versuchen, die dort oben wegzumachen. Ja, aber die kommen ja nicht, weil das Tor dazu ist. Achso. Den einen erwischt es ja durch die Sprengung. Aber da kann man doch noch rein. Geh mal rein, da ist ja jetzt gerade keiner. Ja. Ja. Wenn man da irgendwen schon wegmachen kann. Weil die müssen ja da irgendwo sein. Aber nicht hier. Hier waren wir schon. Sieht aus wie unten. Ja, oder so. Aber auf jeden Fall waren wir hier schon. Also von unten waren wir da schon mal. Ja, von unten waren wir hier schon mal. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Ja. Hä? Hm. Hm. Hä? Ist das nicht unten? Sieht genau so aus. Ich geh jetzt wieder zurück. Hier waren wir noch schon. Also gefühlt waren wir hier schon. Ich glaube, so gleichen sich keine Orte. So dieselben Weinflaschen. Ja. Hä? Habe ich mich so vertan? Ja. Das ist ja auch noch unten. Hä? Ich meinte aber da. In dem da. Da dann ganz oben. Ja, war ich da nicht? Hä? Bin ich da nicht gerade? Oh Gott! Nee, ich bin um die falsche Tür gegangen, oder? Kann das sein? Michkaber? Nee, du musst schon wieder runter. Ja, das ist aber das. Es ist alles gleich. Wir sind in der Matrix gefangen. Ich mach das jetzt so. Die Raumception. Das muss auch so irgendwie gehen. Ton. Ich öffne direkt hinterher in die Tür und er merkt nichts. Natürlich hat er dich gesehen, weil da kein Schatten ist. Ich war aber da noch hinter dem Fass. Da ist ja wieder ein Schatten. Warte, 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 warte! Was denn? Der ist doch gerade nicht da! Nicht, dass du dir direkt in die Arme läufst. Ja, aber jetzt ist er doch gerade weg! Du hast von meiner Schokolade begonnen, und du siehst... So jetzt? Wie war das mit dem Schleichspiel? Ja, ja, so richtig, so richtig. Du hast ja recht! Ja, ich hab Zeit. Der steht hier eh noch eine Weile rum. Hast du sonst keine anderen Sorgen? Trinke lieber ein und lass mich zufrieden. Auch noch recht, wenn du das... Jetzt gib mir sofort meine Schokolade zurück, du verdammter Dieb! Kannst du nicht ein einziges Mal Ruhe geben? Du kommst dann ja der Kaffee hoch. Du bist der letzte Dreck. Ein asoziales Element. Ich werde Meldung machen beim SD. Sie werden dich an die Wand stellen. Mensch, guck mich doch nicht an, wenn du mit mir spricht, du Arsch! Du kannst nicht die Roste der Presse lassen beim Reden! Kass! Ich werde Meldung machen. Wer ist noch meiner Pfing? Schokolade-Clown! Schaffst gleich hochberaten! Du wirst schon sehen, was du wirst... Er ist doch gerade weg. Ich will ja noch eine Autos aufnehmen. Du bist doch hier so blöd. Ich will ja das hier noch... Puh! Ey, ich finde die Synchronisation sowas von hammergeil! Passiert jetzt was, wenn ich hier hocke? Nee! Ob ich! Ob ich auch! Geh weg! Geh oben! Geh! Ah! Geh! Weg! Go away! So, wie heißt du, du bist hier hinter, ne? Du deutsches Mist-Sack-Ratten-Arsch-Gesicht! Und flup! Du bist doch hier, ne? Und hast du dann von hier? Genau! Kannst gleich hinterher gehen. Was ist das? Was ist das? Was macht mich tot? Mach mich tot! Ich tot! Mach ich das jetzt noch? Ja, es ist kaputt! Es ist kaputt! So, äh, aufwärten! Stärker! Fertig! Es kaputt! So, äh, äh, Kissen schieben! Aber die Synchronisation ist geil, oder? Ja, super! Kannst du nicht die Röste in der Fresse weiten, wenn du sprichst, zum Arsch! Entmeldung machen wir im Gesellsicherheitsdienst! Schokolade klauen! Das ist hochverrat! Das ist so geil! Könnte ich sein! Vor allem, überleg mal, was zu Kriegszeiten ein Stück Schokolade war! Oh ja! Das kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen! Kleddern, kleddern! Und dann, rennt sie dann jetzt, wenn du... Okay, jetzt vielleicht nicht auf Sprint drücken, aber dass sie dann rennt! Ja! Gut! Also, ich weiß nicht! Nee, das macht keinen Unterschied zu dem! Ja! Finde ich! Gibt's da hinten was? Woher komm ich denn da ran? Warte mal, ich guck erst mal bei deiner Tür da hinten, ja? Ja, genau! Ich wollte nämlich gerade sagen, gibt's da hinten... Oh, pass auf! Uh! Scheiße! Die haben mich gesehen! Okay, okay, okay! Weiter, 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 weiter! Da vorne ist nämlich Licht! Notausgang! Nee, der läuft unten lang! Ich hab auch gleich gedacht, der zählt bei uns! Kannst du da schon aufmachen? Das ist gut, das ist gut, das ist gut! Ich sehe nämlich einen Munitionsschrank! Hm, ich auch! Hä? Was ist jetzt kaputt? Ton weg! Nee, die Gaskammer! Wir haben die Gaskammer verlassen! Was denn? Die Tür ist zu! Das Gasgeräusch ist weg! Hier ist keiner! Wo ist denn da? Ach, da geht's weiter! Wirklich, sein Notausgang ist aber toll! Sackgasse! Oh! Yay! Yes, sir! Fortblinden für Fluffelbauben! Okay, Medi-Catch sparen wir uns für später auf! Ja! Und da geht's dann weiter! Und hier geht's dann weiter! Lunt mal einmal durchs Loch da! Ja, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich! Tür aufschließen, aha! Aufschließen ging doch immer vorher, ne? Treppenhaus! Mach einfach mal! Dann geht's nachher schneller! So, fertig! Jetzt zurück, ne? Jetzt zurück und die Muni! Äh, die Muni! Guck mal, wie sie aussieht! Voll cool! Und die Sprengladung anbringen! Hey, wie ich es hier schon laufen höre, ne? Gruselig! Oh Gott, ich krieg Gänsehaut gerade! Entschuldigung! Entschuldigung! Ist gut! Vorsicht, Vorsicht, die laufen da gerade! Ja, ich weiß, hier bin ich noch im Schatten! Hier ist alles gut! Da vorne wird's kritisch! Da, in dem grünen Licht, da wird's kritisch! Aber das ist auch eigentlich relativ egal, weil du ja schon die Ladung zündest! Ja, ja, genau! Das ist dann spannend! Das machst du jetzt aber noch! Das machst du jetzt noch! So, und jetzt go, go! Mann! Lauf, lauf! Ah! Ah! Geh da durch, geh da durch! Ah! Lauf weiter! Lauf, 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 lauf! Spiel wird gespeichert, Spiel wird gespeichert, alles gut! Lauf, 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 lauf! Zieh die Pistole dann! Ah! Los! Oh, scheiße! Zieh die Schrotflinte und knall ab! Knall ab! Nein, warte doch mal! Ach so, jetzt sei doch noch eine Minute! Schrotflinte hab ich gezogen! Äh, ausrüsten! Äh, verstehe, verstehe! Du musst richtig drücken! Nein! Die! So, und auf geht's! Nee! Macht sie nicht! Ah! Oh! Scheer ist... Äh, oh! Oh! Ich schieße doch! Du hast es wieder nicht ausgerüstet! Oh! Das kann doch nicht wahr sein! Das was ich nämlich immer, wenn du es ausrüstest, springt er zurück aus dem Wasser. Toll! Aber er hat gespeichert. Ach so. Oh Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Ach so, die Zeit läuft schon. Ja, genau, deswegen. Ich musste hier so schnell wie möglich. Das ist ja ein komischer Ton jetzt. Okay. Erst betreten, dann ausrüsten. Ja. Sehr gut. Da kommt gleich noch einer. Äh, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Nein! Hahaha! Los, go! Kannst du jetzt Space drücken, dass sie dann beim ausgerüsteten rennt? Äh. Lauf, 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 lauf! Ne, mach sie nicht, leg sie wieder weg. Okay, ist egal, lauf einfach. Wir haben keine Zeit! Wir haben keine Zeit! Ich hab ja keine... Ah, da war ich! Ah! Sehr gut, weiter! Ah! Ja, guck mal! Yay! Das mag ich jetzt noch, wie du so schön sagtest. Mal's läuft in der Irrenanstalt da rum. Ach nee, in der Klinik. Klinik ist es. Yes, Sir! Mission erfüllt! Bewertung, Soldat! Ohohoho! Jawoll! So, das war ne schöne Stelle, um an dich zu übergeben. Ja, für die nächste Mission. Bis zur nächsten Folge! Bis zur nächsten Folge!